Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Aufnahme FaroCraft. Der Server ist endlich wieder da, bzw. wurde bezahlt. Ja, hat jetzt nur ein paar Tage gedauert, also ging eigentlich recht flott. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal auf den Server. Ich werde die Folge heute nicht so lange machen, weil ich jetzt noch Ware und so weiter gucken muss und gleich noch frühstücken muss. Ja, letzte Woche Ferien leider und die Woche der Gamescom. Auf die Gamescom freue ich mich natürlich mega, aber auf die Schule nicht, weil es geht ja jetzt schon so langsam los bald. Also ich will jetzt nicht sagen, ja wir sind hier noch tot, stimmt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze wieder finden. Ja, es geht dann ja schon bald mit der... Oh, wir sind zum Hauptminum zurückgegangen wie die Hunde. Ist ja schon bald mit der Schule wieder bei uns los, aber wir haben halt noch Klassenfahrt, worauf ich mich so gut wie gar nicht freue. Oh Mann, das wird so scheiße, Leute. Nicht wegen Zocken oder so, das ist nicht unbedingt, aber ich brauche mich einfach gar nicht auf die Klassenfahrt. Hey lol, wir verhungern jetzt? Im Ernst? Warum verhungern wir jetzt? What the... Hä? Ich hoffe, man kann ja nicht verhungern, Leute. Weil das wäre ja dann mega unfair. Das wäre dann ja mega, mega unfair. Es ist übrigens niemand auf den Server. Ich habe jetzt einfach mal ganz spontan alleine aufgenommen, weil ich jetzt unbedingt diese Folge aufnehmen wollte. Ja, es geht jetzt im Prinzip wieder weiter. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Meine Hand ist mega verbackt hier. Ihr seht diesen Streifen da. Keine Ahnung, mein Skin ist ein bisschen verbackt. Ich glaube, das ist ja auch ein 1,8er Skin. Segen. Ja, ist ja ein bisschen verbackt. Leute, ich muss mir jetzt von jemandem Essen nehmen. Es leckt auch hier mega von mir. Ah, Alter. Okay, jetzt geht es. 22 Dias hat er schon, okay. Ah, aber notfalls können wir uns hier auch einfach die Kette von Graham. Ich werde erst mal bei mir gucken. Also, die haben jetzt schon viel gemacht in unserem kleinen Dorf. Es ist zwar nicht alles schön gebaut, also gut wie gar nichts. Aber hier ist schon viel passiert in der Zeit, wo ich weg war, beziehungsweise nicht wirklich weg war, sondern ihr wisst, denke ich mal, wie ich das weine. Also, ähm, wo ich halt nicht aufgenommen habe, weil ich habe halt erst der Server gegen, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen wieder on. Und dort habe ich halt nicht aufgenommen, dort war ich halt beschäftigt. Und in den paar Tagen hat sich schon viel getan. Beziehungsweise, ich habe auch davor schon drei Tage nicht aufgenommen. Aus dem Grund, weil, ähm, weil ich halt schon vorhin vorproduziert habe und ich dann halt keine mehr aufnehmen darf. Das heißt, ich bin jetzt über zwei Wochen in diesem Dorf nicht gewesen, von dem eine Woche halt, der Server nicht on war. Aber trotzdem, immerhin. Das füllt nur eine halbe Hungerkeule auf, what the fuck. Dauert jetzt 20 Millionen Jahre aus, das ist ein bisschen schön für ein scheiß Essen. Ich muss hier in Real Life auch nicht 20 Millionen Kartoffeln essen, damit ich satt werde, alter, what the fuck. So, endlich voll, okay. Können wir erstmal raggen, ich werde jetzt erstmal nicht sprinten. Und dann werden wir jetzt erstmal gucken. Feitsche brauchen wir nicht. Erstmal gucken, um unsere Sachen wieder zu holen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Marble werde ich dafür jetzt nicht opfern. Kabel, komm, Kabel können wir opfern, das kriegen wir noch sehr viel. Und dann werde ich jetzt mal gucken, da ist jetzt ein Skelett, da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Okay, es ist dann schon, obwohl Tag ist, läuft. Auf jeden Fall. Ich bin so ein Idiot. Da sind ja Monster und ich gehe dann einfach ohne Schwert dahin. Leute, ich werde jetzt direkt noch eine Folge aufnehmen. Sorry wirklich, sorry, 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 dafür, dass ich so behindert sterbe. Ich bin in jeder Folge außer einer gestorben. Ich bin einfach so unfähig, ne. Ja, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein und das wird auf jeden Fall wieder relativ zeitnah kommen. Das geht vorher halbwegs als Entschuldigung, dass es dann relativ zeitnah kommen wird. Ja, bis zum nächsten Video und hau. Ja, bis zum nächsten Video. 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 Ja, bis zum nächsten Video.